Hallo meine Lieben, ich wollte gerade eine neue Prothesenbürste für meine Knirscherschiene verwenden und habe hier gerade ganz frisch die Ural-B ausgepackt und ich wollte euch das einmal zeigen, wie die aussieht. Ich denke, ihr seht, wie ausgefranselt die Borsten sind. Und die ist auch richtig hart und scharfkantig, also selbst meine Knirscherschiene mag ich damit eigentlich gar nicht putzen. Ich habe die letzten drei Monate die von Curaprox verwendet und ihr seht den Unterschied. Alles glatt, alles gerade, zwei kleine Borsten stehen ab. Aber Leute, das ist der Grund, warum ich Curaprox so feiere und warum ich die Produkte auf jeden Fall so gerne mag. Ich denke, ich muss nicht viel zu sagen, ihr seht selber den Unterschied. Und das ist leider auch kein Einzelfall, ich habe hier noch eine Original verpackte und die sieht genauso aus. Und ihr bekommt ja mit meinem Code DRAMI20 noch 20% Rabatt auf die Produkte von Curaprox auf der Homepage www.curaprox.de. 20% Rabatt auf alle Produkte und auf den gesamten Warenkorb und das nicht nur bei der ersten Bestellung, sondern bei jeder Bestellung. Und ihr bekommt das Ganze versandkostenfrei ab dem ersten Euro. Der Code gilt auf jeden Fall noch bis 30. September und ich wünsche euch viel Spaß beim Shoppen und beim Sparen. Bis dann!